Guten Abend miteinander. Für eine Pflege die Erscheinung offeriert Ihnen Coop eine breite Palette von hochwertigen und bekannten Produkten. Haar- und Kopfhut brauchen eine spezielle Pflege. Und weil die Ansprüche verschieden sind, gibt es Beldam Coiffure. Eine umfassende Haarpflegelinie, die auf Ihren individuellen Haartyp abgestimmt ist. Vom Shampoo, über die Schaumtönung, bis zum Hairspray. Neu von Beldam Coiffure ist der Form- und Pflegeschaum für Halt, Volumen und Glanz. Nach dem Haarwaschen den Schaum gleichmässig aufs Handtuch trockene Haar verteilen. Nicht ausspülen, sondern die Haare durchkommen und wie gewohnt dann einlegen, föhnen oder Luft rechnen. Wenn Sie Ihre anspruchsvolle Haut schützen und pflegen möchten, ist Beldam Exklusiv genau das Richtige für Sie. Beldam Exklusiv ist eine hochwertige Pflegekosmetiklinie mit harmonisch aufeinander abgestimmten Produkten. Sie enthalten wertvolle Wirkstoffe wie Kollagen und Feuchtigkeitsfaktoren, die der Haut ihre natürliche Geschmeidigkeit erhalten. Und das hier ist Ihr tägliches frisches Programm. Die Ahitidusche, mild wie es Ihre Haut braucht, in zwei Duftnoten. Oder die Kamildusche mit den natürlichen Wirkstoffen der Kamillen. Die Fenial Après Duschlotion, mild und feuchtigkeitspendend. Sibonet, die alkoholfreie Pflegesäufe für jede Haut. Obao Körpermilch mit Kollagen macht Ihre Haut geschmeidig weich. Und der Bac Deorolon gibt Frische für den ganzen Tag. Ja und noch so viel Schönheitspflege, jetzt gerade noch etwas Schönes zum Anziehen. Ihr Scope Warenhaus offeriert Ihnen zurzeit nämlich bezaubernde Nachtwäsche, wie das Damennachthemd, das Damenmininachthemd oder der Damen-Home-Dress. Alles in 100% Baumwolle und in verschiedenen Farbkombinationen. Eine feine Herbstspezialität, die es bei Scope jetzt wieder gibt, sind Berliner. Der Co-Bäckermeister macht das luftige Hefengebäck mit der Himbeermarmelade-Füllung nach dem traditionellen Rezept. So und jetzt schalten wir noch um in die Studioküche. Es wird nämlich dort heute auch backen. Guten Abend miteinander. Überraschen Sie Ihre Familie doch einmal mit einer selber gemachten Apfelpastete. Mehl, Backpulver, Zucker und Salz haben wir in eine Schüssel gesiebt, mit Anken und einem Ei zu einem glatten Teig verschafft. Mit einem Teil vom Teig haben wir eine Springform ausgelegt und einen ziemlich hohen Rand stehen lassen. Wir haben den Teigboden gut eingestochen und streuen geriebene Mandeln drauf. Zum Schluss kommt eine Füllung aus säuerlichen Nöpfeln, geriebene Orangenschalen, Orangenkonfitüre, Saft von einer Orangen und Zucker drauf. Den restlichen Teig haben wir zu einem Deckel geformt, schön draufgelegt, wir dekorieren ihn, haben eine gleiche Hemmung gemacht, damit er Dampf abziehen kann. Und mit Eigelb bestrichen. Dann 50 bis 60 Minuten in den vorgewärmten Ofen. Diese lustigen Apfelpasteten servieren wir am besten lauwarm oder abkühlt. Das Rezept finden Sie in der Go-Op-Zeitung von dieser Woche einen guten. So, das wäre es gewesen für heute. Anschliessend kommen noch die Go-Op-Agebote zum Sparen. Auf Wiedersehen miteinander und weiterhin noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Go-Op, geräuchert der Magerspeck 100 Gramm nur 90 Rappen. Alle Midi-Confitüren im 450 Gramm Glas sind jetzt 50 Rappen günstiger. Zwei Becher Coupe Chantilly, Chocolat oder Caramel statt 1,60 nur 1,30. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag ein Financier Cake statt 3,10 nur 2,50. Ein grosser Butterzopf statt 4 Franken nur 3,20. Grob Himbeersirup statt 3,50 nur 2,95. Satsumas Mandarinen, Netz an 1 Kilo, 1,50. Netz an 2 Kilo, 2,80. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.